Ich bin jetzt Level, was sagt ihr? Level 24 oder was? Ja, ich bin 23 nach. Ja, weil es eben wieder gestanden hat, du bist Level 24 zugedreht, beigedreht, oder? Ja, weil du dem, weil du Peter-Spiel dazu beitrittst, deswegen. Ja, ja. Das steht auch immer dann da, wenn Peter ein Level dazu kommt, dann hast du während des Spielzeuges stehen, du trittst dem Spiel bei, mit Level 25 dann. So. Herzlich willkommen auf jeden Fall zurück zu, ja, Frohes Game House und den Freckles, zusammen mit dem Hucki 77, den Old Fire 68 und meine Wenigkeit eurem Foley zu Borderlands 3 Part 9. Abend. Und Flood Moors Basin. Also wir haben die Tiny Tina, haben wir beim letzten Mal kennengelernt, war ja eine tufte Dame. Und da haben wir uns die Pizza ausgeliefert, etc. Wenn nicht, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann ja, einfach auf YouTube verfolgen. Und auch nochmal herzliche Grüße auch an die Leute an Twitch und YouTube. Schön, dass ihr da mit dabei seid. Ähm, ja, einfach den letzten Part einfach nochmal angucken. War sehr witzig und spannend. Mal gucken, was uns heute erwartet. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass ihr da seid. Das soll ich nie wieder sagen. Wer ist das? Und deswegen muss ich die Gruppe bearbeiten, an ihn rauswerfen. Wer? Option, rauswerfen und... Ja, wen denn? Malogadur 8, keine Ahnung. Den sind wir auf jeden Fall raus und dann muss ich da Einstellung machen. Ach, der spielt verlaufen. Äh, Option. Hatten wir letztes Mal schon mal. Ja, genau. Spielereinstellung war das, oder? Ne. Netzwerk Social. Äh, Gruppe? Privatsphäre. Wer ist das? Nur lokal. Äh, nur mit Einladung. So, jetzt wieder eingestellt. Nur mit Einladung. Also nur W3. Sehr gut. Oh, sozusagen. Alistair's Retter in Fleisch und Blut. Ich geb dich zu der Villa, Jacob. Ich hab mir nen Headset laden sollen. Verfluchte Banditen! Ja. So. So. Jetzt müssen wir zu der komischen Tussi gehen. Die Schwester von ihm hier. Nach Saurianern? So, jetzt müssen wir zu der komischen Tussi gehen. Die Schwester von ihm hier. Nach Saurianern? Mhm. Ach so, wir müssen wieder raus hier, ne? Oh, mächtiger Knochenbrecher. Oder? Ach ja, der ist auch noch hier. Ja. Kunderkinder. Wainwright und ich sind ein gutes Team. Er ist mehr so Country und ich bin eher wie Digby Wormuths Konzert Nummer 9 in D-Moll. Und die? Lass mich einfach wissen, ob du da draußen Hilfe brauchst. Alles klar. Okay, los geht's. Wir sind... Au. Wo? Ich verstehe die doch um jetzt das. Wer? So, hier hin, ne? Das ist so sicherlich. So, Rose Zora. Äh, um Witzchen. Ach so. Ach so. Also Sascha, wir sind auf jeden Fall hier im Sumpf-Gebiet. Ja, ja. Tja. Neuer Planet. Neu gefahren. Ja, klar. Aber deswegen sind wir alle, äh... Bild. Hm. Hä? Warum zeigt das jetzt wieder nach hinten? Im Kreis laufen. Ach so. Stimmt. Ich hätte ja um den Fahrstuhl fahren können. Hätten wir gerade einen. Hä? Oh. Der war doch hier, ne? Ah ja. Häh? Spüre die Blut, hier. Grüß dich, danke. Wie ist es, so lebendig zu sein? Hm? Wir reden hier. ja genau wie in vorteil rumspringen kommen wir bauen aber treppen hätten es natürlich wieder ein auto nehmen können ich bin ja auch schon im gleichen spielstand hier drin nach hinten war das gefängnis gewesen oder was das war oh was sind dort dino's denn er was mhm genau hier sind kleine dino's drin jaja nur eine sekunde das ist da will es wieder einer wissen so Ich will das genau wissen. Ah ja. Wunderbar gucken hier. Benutzen. Oh, hier ist noch eine Höhle. Haki, waren wir ja schon hier? Nee, ne? Nee. Achtung. Der Tod ist eine natürliche Sache, aber deiner war aufregend. Du wirst erledigt. Super kleiner Boss. Der Tod ist eine große Herausforderung. Der Tod ist eine große Herausforderung. Willkommen, der Junge. Der Tod ist eine große Herausforderung. Die pills werden das, wie ich bin. Alles klar. Okay, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist denn hier? Was für so eine Schrift würde ich nicht lesen können. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Closed. Wo sind wir da rein? Der Bunker hier. Sorry, we are closed. Oh, wo kommt man da rein? Ui. Der ist noch gesperrt hier. Okay, schade eigentlich, auch gut. Da ist gesperrt. Da sind so zwei Generatoren hier in der Nähe. Die laufen hoch zusammen mit diesen komischen Gebäuden, wo du gerade gewesen bist. Oder Bunker. Ich weiß gar nicht, bis sie mich hier entlang. Nee, kommen dann eigentlich erst später dazu hin. Aber gucken kostet nichts. Ja, richtig. Ach so. Auf dem Hauptweg. Ja, ich komme wieder zu euch. Ach, hier sind wir. Okay. Hier sind wir. Hier sind wir. Seid ihr schon weggefahren? Nö. Wo komme ich denn dann wieder raus? Was? Ach, hier. Ich wollte einen Schritt laufen. Ich bin ein bisschen rein. Ein bisschen. Entfernen wir auch. Ich bin ein paar Müller. Es ist fertig. ich muss kurz auf die karate schauen aber wir mal rechts runter kommen wir vielleicht nicht weiter wenn wir doch springen hier links geht der weich vorhin da bin ich von sturm alleine jetzt ein bisschen besucht wer schließt da bin ich von hinten oben hoch hier waren stecker weg vielleicht leuchte das ist ein spielpunkt vergeben muss ich mal da ist so hoch So, einen guten Freund gibt man ein Schüsschen oder eins oder zwei. Genau. Wo ist da das Vieh? Verlaub mir auch. Was? Shield? 22. Was habe ich jetzt für 1,24er? Kurz auf die Karte looken. Wir müssen irgendwie da, wo unser Auto steht, weiterkommen. Okay. Irgendwie. Ich hatte aber eh was nicht viel. Aber wie? Oben mal. Nichts so. Du kannst doch nicht mehr schicken. Was ist das für so, wo mein Gott? Was ist das für so, wo mein Gott? Was ist das für so, wo mein Gott? Oh, weiter. Äh, äh, nein! Ohne hier fallen. Aber ich kann auch nicht wirklich weiter. Gibt's hier leider? Hm. Ich räume leider, jo. Sag mir, wie das geht, dann machen wir das. Ich wär sterben. Ah ja. Wie komm ich jetzt hier hoch? Überhaupt nicht. Du musst wohl doch ganz hinten rumfahren. Moment. Ich bin schon mal unten. Wo unten? Ah, da unten. Da ist ein Laufrad. Ach, da stand ich doch schon mal drauf. Hier ist doch schon mal und langgefahren. Da frag mal hinten mal die Nachbarn. Da ist er, da hör ich doch schon was. Wo ist die Sache so schlecht? Wo ist sie nur auf verbinden? Der ist eigentlich nur ganz unten. Wo ist der Typ? Wird eine drin? Wird ein Sieg neben mir offen. Ihr seid ja auch. ich muss sie alle geworfen haben haben wir jetzt da in ruhe jetzt noch mal neuer sagt noch jemand hier der ja kommen ganz ruhig jetzt ich bin da und jetzt lass uns jagen pinkel dieses mal aber nicht drauf gleich von sascha noch die neue knarre ich habe hier eine ok ach jetzt habe ich ja vier dinger doch ich höre die schmerzt hier ich kann haben so da hätten wir eins auf jeden fall wo man aber ein auto herstellen können aber nicht fährt das sind das dann macht da da oben denke ich mir nämlich müssen durch rechts rechts und vorne wie nicht dabei ein riesen monster ding und so eine kleine hupe moment hat wieder keiner von euch gesehen das kann ich nicht durch das ist kein fahrstuhl das ist kein fahrstuhl wir sollten noch zu der fahren oder nicht ich will sie uns noch gar nicht begrüßen oder doch noch mal außen rum fahren gucken ich glaube das sind ganz außen rum da gibt es auch eine brücke darüber aber wir können hier unten aus weg der so lange und jetzt da lang und einfach genau entgegen sitzt ach so mach mal das rein, ich will doch reinsteigen so ich gucke wo wir gerade da rein geradeaus, gerade ganz immer weiter, immer weiter klar, wir fahren ja keine abkürzung jetzt rechts halten gleich rechts da noch nicht natürlich auch Slicks drauf, sorry jetzt rechts ich sehe nicht was du machst genau, weiter, weiter jetzt gleich rechts, wo die Brücke müsste, glaube ich, sein ah, okay da drüber hinter der Brücke links rum links rum, da oben steht es ja schon und dann immer geradeaus da muss man Schilder lesen können ah, wer lesen kann, ne? ja, ist zum Vorteil, aber ich bin der Bildgeleser von daher hier drüben waren wir auch noch nicht ah, da ist ja schon ein großes Tor oh, da oben da können wir, glaube ich, nicht hin, oder? vorhin ne, noch nicht ne, fahr mal zurück, wieder zurück, oder? zurückfahren, so weiter zurück, weiter zurück weiter, weiter jetzt rechts rum aber der hat uns noch eingeladen rechts rum und der ist gleich wieder rechts komm hier weiter auf mein Weg auf mein Weg da steht ihr aber der Sascha ist im Weg der Drei ja ja da reißen wir noch zu Fuß mach dir nix oh, ah ja hier ist es doch Moment guckst du mir Ecke Lohren hier so was geht's so was? um die Ecke Lohren ach, um die Ecke um die Ecke hoch ich habe das mit Hafer standen, aber ja, macht da nix was, um die Hecke? hm 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 ja ja, ich schieb dich mal da rein ach du lieber Jacobstein, Jacobstein, Jacobstein Jacobstein ok, das Haus von der dididididin didididin didididin Adams Family mhm so ein bisschen zukunftsmäßig sag ich mal ja mhm wenn dir der Rosenkarten davor passt, ja du willst jetzt nicht so blühen wenn der Spot jetzt da rauskippt, bin ich weg hm wenn der Spot jetzt da rauskippt, bin ich weg hm hm der Latsch hm 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 Die Realität eines Kammerjägers ist immer käuflich komm zur Villa und du bekommst dein Geld hm herrsinn auf lock Auf Lock. Ne? Ok. Ich bin betrunken. Und du bist es auch. Und genau darum hörst du dir jetzt an, was ich sage. Pass gut auf. Ich sage es jetzt. Ich bin es nicht, Monty. Ich bin es nicht. Betrunken. Wer weiß, wie viele Jahre du noch hast, also denkst du über deinen Erben nach. Tja, dieser Clay ist der Mann dafür. Er ist der Sohn, den du immer haben wolltest. Was für ein Anblick. Ein geläuterter Schmuggler, der Jacobs zum Horizont führt und ich... Oh, und schalte auf deinem Weg ruhig die Anhänger der Kalypsus aus. Diener, Anhänger, fast so entbehrlich wie Kammerländer. Hab da ein Problemchen mit ne Hexe. Die führt nichts Gutes im Schilde. Das ist dein Problem. Was geht uns denn fremdes Elend an? Oh, ist das... Wie nennt man diese Gitarren, diese Runden? Jangeree? Ne. Banjo. Banjo. Ben, Banjo. Mein Gott, Banjo, genau. Mein Gott, so viel zu tun, ey. Für Kohle. Was ist hier los? Hallo, wir sind nette Nachbarn. Schredder. Die Schredders wohnen hier. Die Schredders. Schredders. Die Schredders. Ich wusste schon immer, dass die Schredders solche Nachbarn sind. Die Schredders. Ein neuer Kapitel in der Waage. Du bist ja mein Rohr, Peter, du. Das ist ja mein Rohr. In der Hand. Ich verleg auch gern Rohr. Oh, ho, 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 ho. Ich weiß. Ich war halt satt hier, ja? Das ist der Wegser. Genau. Ich habe doch richtig gehört. Da macht es euch nur insinn da. Mensch, geht doch mal der Leido hoch. Dauer. Der sollte doch derjenige sein, der, okay. Derjenige Wildschirn. Du brauchst doch alles andere als Deckung, da jetzt schon wieder mein Hündchen angegriffen wird. Lass uns weitermachen, mein Junge. Oh, ich bin eingebrochen. Geh das denn? Oh, schon wieder hier, schau ich. Oh, schon wieder hier. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, jetzt kommt der Arbo-Pack. Oh. Oh, jetzt kommt der Arbo-Pack. That is cool. Oh, das ist fertig. Anthony. Ah, ich hab das nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. was ist denn hier los was mit ihr hier los level 23 nämlich dass man tauschen oder nicht ja das ist auch nicht sonst mehr eine art so fanatic alle weiter und folie am looten nach alle feiten und folie sammeln am looten ja ich muss ja muss ja ein bisschen was sammeln für die jungs er macht das immer doch und uns liste dann krepiert was niemals muss immer noch tauschen wenn du mal hilfe was peter helfen wir kommen wir hier und ja bis er da ist bis sie dort niemals nach drauf geschissen grüß dich dumme übrigens noch mal jetzt sage ich dir noch mal persönlich vielen dank normal für dein spende darf ich einfach mal ich habe es aber erst ziemlich spät mitbekommen weiß ich noch nicht gesagt haben soll das aber ein papa noch nicht ausgerichtet hat dankeschön habe ich weiß ich ja nicht weiß ob du hast oder nicht deswegen sage ich jetzt einfach noch mal rechter ziehen dank ist von fünf monate oder ist es so lange dann habe ich meine benachrichtigung muss ich noch mal gucken da muss ich gemacht wieso laufen wir nicht zurück wir hätten es können wir gerne hier geht haupt besuch gut dann muss ich wenn du willst das ist schon so lange her das tut mir leid da muss ich noch mal gucken dann hat es mich falsch informiert aber besser spät als nie bin schon länger aber gerne gerne dankeschön wo sind eigentlich hier was hat der was hat der für eine dröde da in der Ich bin nicht. Oh! Truheausfall, Pfliegen heißt das hier... Der OBI braucht noch was rum? Ja, aber es ist woher bis dahin rum. aber da werden wir nicht hochkommen das ist auch kein das ist ich glaube eine sarggasse hier was ist denn für dinge haben wir haben gehört die drohne eigentlich mir davon schon gedacht das ist das und ks was er oben schwirrt ich wollte schon das bereich und der dienst botenaufzug dienst botenaufzug jetzt weiter da kommen wir einfach hier klettern oder so so wie ich ich bin oben rechts an der seite hoch einmal klettern einmal nichts geht es heute oder das gehört ja gar nicht zur karte schubs mich nicht hündchen hier geht es heute aber ich weiß nicht wieder hochkommen oder dort gerade geht es weiter knöpfchen drücken da ist auf jeden fall was ja aber da kommt auf jeden fall nicht hoch das geht nicht also er kann schon klettern aber nicht so weit hoch ich muss jetzt zurück krabbeln hier und dann in richtung die weiter laufen alles klar da immer am boot entlang du machst mal augenpflege viel spaß du gehst jetzt schon ins bett domi anstrengenden tag gehabt ja machs gut domi bis moin tschau tschau und gute nächtel das habt ihr euch schön angewöhnt das gefällt mich wie alt macht er wenn er wohnt in unser alter auch mal heute sind drei noch hier ab und zu na macht er upe ja ey oh man hat doch eingetötet das ist ein das 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 Oh, hier kam der Klöpfchen. Habe wie gesagt, Gutes Nächte und ja, Dankeschön fürs Reinschauen und Hallo sagen. Wer lebt und stirbt? Ah, hast du etwas für mich gefunden? Naja, Level 24, Level 22. Ein Waffenköpferchen hier oben, falls jemanden braucht. Wo sind wir? Oben auf dem Dach. Achso. Achso, fast auf dem Dach. Ich warte! Blut! Ich will Blut! 24, 24. Ja, wo? Hier oben. Na, Beidorf. Also, wie gesagt. Dann ist da ein Knöpfchen zu drücken. Ich warte. Ihr seid die Knöpfchendrücker. Ich bin Schrot, ey. Ich bin Schrot, ey. Ich bin Schrot, ey. Schrot mag ich nicht. Alle da? Ja, alle da. Ich bin fast in der Villa. Ja, ab längst werde ich den Bühnensaal im Theaterflügel durchsuchen. Mein Vater hatte ein Arbeitszimmer unter der Bühne versteckt. Wenn es einen Hinweis auf den Kammerschlüssel gibt, dann dort. Kommst du wieder? Ich bin... Warte. Ja. Ist da ein Köder drauf? Nee. Komm, du Depp. Der kommt gleich. Der ist Brandler wieder. Ja. Ich bin drinnen. Es macht mich nicht glücklich zu sehen, wie dieser abjährliche Unwesen in meinen Ahnen eintreibt. Sie hat die Familienporträts entsorgt, als wären sie Schlachtabfälle. Was würde ich dafür geben, sie mit meiner Schrotflinte bekannt zu machen? Mit welcher Schrotflinte? Ja, guck, da haben wir es doch wieder. Schrotflinte. Mit der Flinte, ne? Wie heißt es umso? Man sollte ja die Flinte nicht ins Korn werfen. Kennt ja der Haarwisch dich. Ja, genau. Kennt der Haarwisch dich. Genau. Du sagst es. Hier ist nichts. Nee, nicht viel. Hier müssen wir hin. Noch ein Knopf hier. Noch klingel. Hello. Warte mal, bevor du da irgendwas... Bevor du klingelst. Oh man, das. Oh man, das. Ist zu hoch. Schick die Gäste. Okay. Let's hit. Ene mene Miste, du bist aus der Kiste. Sascha ist dran. Genau rechtzeitig Kammerjäger. Bitte komm herein. Mhm. Bei diesem Vibe klingt sogar Gastfreundlichkeit unheimlich. Aber spiel hier Spielchen mit, solange ich den Bühnensaal durchsuche. Okay. Weil, dass Ex-Männer so böse reden müssen immer. Und dann reden wir über dein Geld. Beise Saal. Beise Saal. Feuerräume Mutter Hitler. Geht zu. Also Clayton, du wolltest mich sprechen? Clay reicht. Der alte Monty hat gerade ein großzügiges Angebot für die Jacobs Corporation bekommen. Er hat natürlich abgelehnt. Aber ich dachte, du solltest wissen, dass es von Aurelia Hammerlock kam. Ich versichere dir, Jacobs, ist dir ziemlich egal. Dabei geht es um mich. Da bin ich schon selbst drauf gekommen. Aber deine Schwester scheint nicht lange zu fackeln. Du kennst sie, Alistair. Ist das das Ende oder der Anfang? Die Echse. Ich kann dir nicht folgen. Als wir noch Kinder waren, haben meine Schwester und ich eine super seltene Echse in dem Wald bei unserem Haus gefunden. Mein prächtiges Exemplar. Aurelia wollte sie als Haustier behalten. Aber meine Schwester war noch nie gut darin, sagen wir mal, Leben zu kultivieren. Also habe ich die Echse heimlich gefüttert, obwohl sie darauf bestand, es sei ihr Haustier. Ich baute ein passendes Gehege mit natürlicher Reaktion, dem richtigen Verhältnis von Wasser und Sonnenlicht und natürlich genügend Futterquellen. Doch eines Tages fand ich die Echse tot darin liegen. Das Wasserniveau war viel zu hoch. Und da, wo sie verzweifelt nach Luft gerungen hatte, waren Kratzspuren im Glas. Und du hast dir die Schuld dafür gegeben. Das hab ich damals. Erst später wurde mir klar, was meine Schwester getan hatte. Und ist da jetzt der Geduck? Sie hatte einen Eisblock in das Gehege eingelassen, der langsam geschmolzen war. So war die Exemplar 2 höher zu klettern, bis es zu spät war. Nice. Wenn sie sie einfach hätte töten wollen, hätte sie es tun können. Aber das ist nicht ihre Art. Aurelia wollte, dass mir die Schuld gegeben würde. Ich bin mit meinen 3 eigentlich zufrieden. Ich würde sie gerne mitnehmen. Kann ich mal eine wegschmeißen? Was denn? Level 21. Die kann ich weghauen. Ich glaube die haue ich weg. Reinlassen. Oh, das war auch. Oh ne. Nö. Die habe ich jetzt noch. Und die. Okay. Da ist noch eine. Ich habe nachher eine goldene abgeworfen, weil es niemand mag. Nö. Warte an der nächste. Was war da jetzt noch? Wer war dabei? Wo brauche ich die? Habe ich halt. Die war eh kacke. Schaden 81, die hört mehr wie die. Schaden ungewöhnlich. Na toll. Was verstehe die ohne ungewöhnlich? Was ist denn da? Ich habe jetzt mal die Waffe wieder getauscht. Das ist doch ein Schrot hier, oder? Die goldene, die ich da hingelegt habe? Mhm. Ah, die ist nicht schlecht. Die vereist die Leute. Das ist ganz witzig. Ja, nehme ich mit. Da wird sehr gut. Brrrrrr. Haha. Hahahaha. going auf. Bacana golle. Haha. Peter, warum bist du denn immer geduckt? Ich muss kacken. Ich weiß es nicht. Beste Antwort. Kack. So, aber fertig. Du bist genauso geduckt. Nein, du bist so klein einfach nur. Ich bin so klein. Wenn so was kommt, gehe ich immer vorsichtig. Schleichen, wenn du so. Ach, dir. Ach, dir. Ja. Ritten! Du solltest mal dein dummes Gesicht sehen. Der Kammer-Team! Jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Nicht schlecht, Baronin. Aber du schuldest uns einen Schlüssel. Ich arbeite gerade daran. Na, und ich will dich nicht stören. Ist Jimmy die Geschäfte zu machen, Kammerjäger. Das ist super. Oh, wir konnten uns ja noch nicht so richtig kennenlernen, was? Tai hat die meiste Zeit geredet. Sie ist speziell, was? Als wäre sie das Zentrum der Galaxis und der Rest von uns umkreist sie nur. Doch, das ändert sich. Sieh mich nur mal an. Ich hab mich noch nie so gut gefühlt. Huh! Was ist das? Was ist das? Deine Sirene? Sie wusste nicht, was sie hatte. Mit dieser Kraft kann ich die Sterne vom scheiß Himmel holen. Weißt du, Tyreen will dich weiter mitspielen lassen. Ja, ein wenig Konkurrenz stachelt unsere Anhänger an. Aber ich steige aus. Nein, nicht mit mir. Keine Lust mehr auf Reste vom Tisch. Zieh deine Waffe! Abschrauben! Hä? Halt! Krieg dich um! Komm und hol mich, greckiger Bastard! Neuer Plan. Du durchsuchst den Bühnensaal. Und ich lass dieses Rad und Gesicht hier herumlaufen. Überliebe ich Zeit. Das ist versteckig nur ich. Dann lame mal wieder. Dann einfachen wir wieder. Ich bin einотыgelt. Drei, hier! Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Ja, das ist doch jetzt mal ein Shape-Waffe. Wenn dir jetzt da auch ein bisschen was ist. Gefunden gerade was? Ah ja, vorhin aus der Waff-Kiste wurde da gezeichnet. Ach so, okay. Na, da kommt hier so eine Strott drin. Ne, sowas, hast du jetzt eine neue Waffe? Ah, schießt du so blaue Blitze oder sowas? Ne, die grüne. Eis, das ist doch die, die ich abgebogen habe. Ja, ne, laut davon. Sie hier, Matsch, oder? Ähm, die hier. Oh, okay. Wo bist du denn? Bei uns in der Leine. Hey! Was ist das hier? Hier hat jetzt auch so eine mit... Hm? Die ist auch cool mit den... ...Vereisen. Mhm. ... ... ... Ja, ich hab's gesehen. Hä? Ja, wo da kommt? Das ist eine Tür, oder? Was haben wir denn hier? Hier ist auch noch mal ein Waffe. Gefeuert, ich glaub der hat seinen Job nicht richtig gemacht, der hat mir immer mal ansorgt, so ab in den Schrank gestellt. Achso, das ist so nebedingend. Aber das ist ja Baldrin, unser Butler. Er wusste, wo alle leicht begraben wurden, und jetzt hat er sich ihnen wohl angeschlossen. Wie ist Rolf? Es ist gesperrt, die Giste. Wo war mal Rolfengiste? Ah, hier. Das war ja noch schönes 22. Nööööööööööööööö. Oh, die war da nicht auf. Oh. Die war da nicht auf. Das reinste Irrenhaus hier. Ach so, ah, okay. Korrosion und... Da ist irgendjemand aufm Bett zusammengezuckt worden. wir haben es ja mit dem spiel um ist das die 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 besagte rada hier ist auch was für dich im schrank hier ist etwas für dich im schrank hinter mir in der misch da bestimmt auch für dich aber bestimmt auch was für dich nämlich scharf schütze gewährt er dritt wo ist denn hier feine level 22 gar nicht schlecht ich bin gerade an meine waffen gewöhnen muss ich sagen ich mag die eigentlich das einzige was man das ist das maschinengeber ich es gerade erobert habe es noch nicht so ganz so ich mich zufrieden stelle aber sonst muss ich sagen passt das ist ein das ist ein spiegel hier oder tatsächlich da geht es raus oder sowas moment wenn ich die zusammen schlagen kann kann ich hier auf bett und zusammenschlagen die sind schon zusammenschlagen okay dann ist es effektiv gegen schilder die ist ja mal auch geil ich bin tot ich würde gern mitnehmen moment moment dann schmeiße ich mal die hier raus obwohl so eine golde waffe ne kann ich nicht nur noch war waffe mitnehmen auch hier 23 20 komm dann holen wir die hier mal raus ich bin froh ich bin froh Was ist es? ich wäre sicher nix rein hier in die kalleusen das ist ja nicht schlecht lass sie deine wut helfen war cool so aus hier oh level 25 also ich... schau mit coole da war ein Waffenschrank da vorne wieder hier ist auch einer level 25 ja meinte ich na ok was ist das für eine Drohne? mach ich wieder runter uah bleib sterb joo der schießt ja mit der Panzerfaust wir hatten da wieder meine Hündchen geärgert ich glaub den seid ihr ganz richtig es liegt noch viel Arbeit vor uns ah die Vereiser die ist doch gar nicht so übel was ist das was ist das was ist das Schnauze! Du wirst sterben! Ich komme hin! Scheiße, ja! Diebte einer Höhe! Ich bin... Komm zurück, alter Mann! Versuch doch nicht zu kriegen! So, ist jetzt aber wo hier? Haha, da muss ich doch mal nur umgucken können. Jo... Da hat doch jetzt irgendwo... Was? Wo war die da hin? Was ist das? Wo ist das? Hm... 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 Da hat er schon wieder über alles gelootet hier! Ja, das war ich hier ohne Wände! Ich hab auch gelootet, aber ich hab bis jetzt... Nichts für vorne! Hier geht's aber noch weiter runter! Miiiuiuiui! Ich mach ihn ganz unten an, ne? aber es ist nicht so interessant hier unten ganz unten aber so an sich finde das haus sehr interessant sehr schön verwinkelt und cool gemacht ich wollte hier nicht sauber machen was ist das für eine goldene waffe hier ok so wo müssen wir denn eigentlich hin da einen stock höher oder was also da dann oder das einen stock höher gewesen ja ja genau da wo die wand durchbrochen ist da geht es weiter nix rein hier jetzt ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist so ein kleiner Penner? Ja, ich mach diese Waschmaschine auf hier zum Looten. Das spielt ja da raus. Was geht dich auf fremde Wäsche an? Entschuldigung. Hab ich mich erschrocken. Ich brauche auf dem Schiff oder bei Markus müssen eingraufen gerne. Das Haus ist so gut. Kammerjäger, der Theaterbühnensaal ist da vorne. Weiter! Weiter! Bitte! Richtig. Ist das nicht hier unser ehemaliger Kanzler? Was steht der denn hier? Meist du der Helmut? Ja, sieht aus wie der Helmut. Ein bisschen. Oder wie Gobi. Helmut Gorbatschow. Helmut? Helmut? Ja, der hieß der Beirsch, der Kenche. Oder Kenche? Ja, Kenche, Kenner, genau. Das sind lange Ohren, der. Ja, ja. Oh, Lootboxer. Tausend Schufe. Aber ich hab's doch. Komm, rein damit. Einmal nix. Nochmal. Ich hab wieder was gekriegt. Aber Level 24, noch ne Knarre. Ach, du hast auch noch so gemacht? Mhm. Was denn hier? Hier gibt's doch Knarren. In. Komm, da haben wir. Dreimal Auge, gibt's, was? Oh, ne Knarre. Irgendwo. Mit dem Automat. Team Dalian. 1210 Dollar. Nee. And the first fault. Okay. Gewinne ich eh wieder nix. Ne, was ist das denn? Kohle. Oh nein. Die darf ich noch einmal spielen, das? Das ist mir die Kohlen. Ey. Haha. Spiel süchtig. Niemals. Kohle, Kohle, Kohle. Na mal Kohle, ist auber. Niemals. Ich hol noch mal einen Dollar rein. Hier. Ja, hier. Dafür 9000 ausgeholt. Das kenne man auch verdoppelt. Ja, aber auch. Aber ich spiel, spiel nicht, ich spiel immer nicht. Doppelt auch. Kegner Kohle am Boden hier. Guck mal. Zuck. Ey, wie viel hast du jetzt, wie viel hast du jetzt drauf spiel? Zweimal, dreimal? Keine Ahnung, ein paar Mal, fünfmal, sechsmal? 1210, dann rechne das immer zusammen. Du, ich hab 160.000 in Tasche. Sehr gut, dann tut's ja nicht weg. Ne. Sag, nochmal spielen. Aber, äh, mal ganz kurz eine Frage. Die Borderlands hatte das ja ganz kurz. Borderlands hatte das was mit, äh, Fallout zu tun? Eigentlich nicht. Das ist ja ein anderer, ähm, äh, Publisher. Ja. Boah, Arschloch. Von der Bombe raus. Fast tot. Ja, ich auch. Weil die Monitore hier so grün darlegen, das ist schon fast so ähnlich. Oh, oh, Entschuldigung. Alles gut. Falschen Raumabicht. Oh, oh, oh. Der rinnt mich ein bisschen an, ähm, 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 erstes hier. Mad Max. Mhm. Donnerkuppel. Stimmt. Obwohl ich mir jetzt sagen muss, der, äh, alte Mad Max gefällt mir besser. Achso, ja. Aua. Hüft dir hier so rum, äh. Der Gesalbte. Billy, der Gesalbte. Ich halte mich auch nicht mal ein, hier. Oha. Fußverglocke bist du vermischt, ne? Oha. Aua. Oh. Och ja, komm! Wo sind denn hier noch irgendwelche Züge? Ich bin Fly Toad, kann man mal eine helfen? Äh, hier vorne kommt einer. Zu spät. So, erstmal will ich eindecken. Ja, hier geht's zum Arbeitszimmer. Ah, erstmal mal 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 Kohle. Voll. Was ist im Haus alles steckt? Ein riesengroßes Theater. Naja, manche ist ein ganzes. Ich hab nichts bekommen bis jetzt. Hört sich nix an, gescheute Waffe-Camp irgendwie? Ne, ja. Ich hab nichts bekommen bis jetzt. fix sie gleich gleich im jagd ok good good Was ist das für ein Knöpfchen? Gut mal, ja. Hier ist aber ein Wachkopf, ey. Hm. König verliert seinen Kopf. War wohl kein Zufall, dass Monty mir das Stück zeigen wollte. Und ich dachte, sei besser vorsichtig, Teufel. Monty ist in Ordnung, aber ein Lächeln. Mein Vater hat Poster seiner Lieblingsstücke im Theater aufbewahrt. Vielleicht ist auf einem davon ein Hinweis. Muss man hier eine Kombi ausgeben? Kann das sein? Vielleicht? Mein Vater hat Poster seiner Lieblingsstücke im Theater aufbewahrt. Vielleicht ist auf einem davon ein Hinweis. Poster. At first. Ja, so was? Guck mal, hier ist Ort. Hm? Poster. Handsome, check. Das müsste das hier sein, oder? Ja, was hier so ausüben. Und was hier unten auf dem Boden vielleicht liegt, muss man gar nicht so weit gehen. Das ist auf jeden Fall das A. Das hatte ich schon mal gehabt. Und was ist hier mit dem? Das hier. Das auf jeden Fall. Das ist richtig. Das hat den rechten Nehmener benutzt neben dem Genutzungsknopf. Das passt. Ach da, das ist blöd. Oh, dann musst du es in die Mitte. Hinter... Mitte geht durch gar nicht, oder? Nee. Brauchen wir bloß noch den Typen finden. Setz mal da unten bei dem hier. Setz den mal hier. Den haben wir noch, glaube ich, hier drin. Da, den. Na, das ist der. Ist das der? Ja. Ja, ist er. Hintergrund müsste so rötlich sein. Das könnte es doch sein, oder? Aber macht er nichts. Und jetzt benutzt du nochmal, oder was? Ja. Für meinen Vater war Typhon de Leon ein Idol. Finde sein Poster und versuche es nachzustellen. Okay. Treffen die die und das was noch. Das ist der. Das ist der doch. So, aber was willst du da nachmachen? Ach so, warte. Ja. Ja, Moment, 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 Moment. Bin ja schon da. Nach was suche ich hier unten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Vater sagte, er habe alle seine Aufzeichnungen dort unten aufbewahrt. Such nach etwas, äh, Aufzeichnungsähnlichem. Bisschen genauer. Monty's Höhle. Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich dich bei mir habe. Ha. Tadaa. Hui, was ist denn hier? Was ist denn hier? Ihr kennt auch die Bilder verschieben, ne, an den Wänden. Wenn so Plakate oder Bilder sind. Not just for info. Ah, keine Tür. Könnte sich, ja, auch in der Tür benutzen, genau. Hier, aber warum habt ihr die noch nicht aufgemacht? Ach so, ich komm. Oh, okay. Diese Scheibe ist so alt wie die Jacobs Corporation selbst. Und ich habe den einzigen Ligno-Platten-Spieler im System. Wenn er mir eine Nachricht hinterlassen wollte, ist sie da drauf. Bring sie zurück zum Jagdhaus, Kammerjäger. Welche denn? Hier hängt er an der Wand, Däne? Monty's Platte. Hab ich. Sascha, wo bist du? Hier. Hier hinten ist auch noch eine kleine Woche. Level an, der ist ein Schild. 25. Level, episch. Lila, sogar. Also, so bist du bei mir. Na, nochmal hier hinten. In dem Schrank, da in dem Waffenschrank. Ach so, da war ich. Aber ich kann es nicht nehmen. Eventuell. In Ruhe mal alles durchgucken. Ach so, ne, da ist Dings. Ach, Schrauzeuge. Level 22. Legendär habe ich hier immer noch. Du willst schon wieder weg? Nun gut. Aber eins will ich dir noch sagen. Du bedeutest mir nichts. Also habe ich dich an die Kalypsus verkauft. Nur damit du es weißt. Du mir ordet. Ich hole mir den Kammerschlüssel. Weil ich reich bin. Und reiche Leute bekommen, was sie wollen. Ja, ja. Hier ist auch noch eine Waffe. Küsst du hier, oder? Ja, aber ich glaube, es ist noch mehr drin. Das war ein Punkt. Handfeuerbaum. Ach, mal hier. Die Grotte. Ach, mal hier wird ein Terrasse voll. Ich würde sagen, wir gehen. Wo bin ich denn hier? Ach. Ich würde sagen, wir gehen. Wo bin ich denn hier? Ach. Achtung. Es war da. Wie vorst. Ich war da. H! Ich war da. Ich war da. Ich war da. Was war da? Ich war da. Ich war da. Sacke wieder. Ich geh wieder, da kommt ein Rex oder was? Blattgemacht wie nix Zeit, dich zucken! Du müsst endlich mal was zum Händler oder irgend so was Das hast du gut gemacht! Die Attaches sind voll Ja, ich denke mal recht, warum Schüttler sind Den hier gesperrt Gut Dann haben wir die Krotto abgegrast Da sind wir hochgefahren Zur Villa Mh Was und was wir blubberblästen hier Kann man sich hier reinstellen? Wow! Heiß! Ne, gut! Wuhuhu! Also Badetag ist schlecht Hier rein ist ein großer Bereich Oh, nicht rein Nein Ein kleiner Skillpunkt hier übergeben Du kannst erst mal abhauen Hallöchen, ich bin Merle Schreibt sich U Du spricht sich Ö Hexer des siebten Alephs Und Meister der feurigen Künste Mir macht eine Hexe Probleme Lebt im Sumpfweg Ich glaube, sie hat Den Pack gebrochen Du musst dir bei ein paar Sachen helfen Und rausfinden, was sie im Schilde führt Oh, das wusste ich Jetzt muss ich mal was zu Trinken holen Jetzt muss ich mal was zu Trinken holen Ja, oder? Ja, bitte Hä? Wie ist die auf dich? Ich hätte mehr Granaden anstecken sollen Gensex mit Du musst mich auf dich Untertitelung des ZDF, 2020 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 also die musik ist ja fast wie als würde jemand auf dem didgeridoo spielen müssen wo seid ihr denn jetzt runter oder was ich bin beim blauen punkt werden müssen auch nur picken Aber es macht Laune, muss ich sagen. Schön, dass man auch in einem Spiel mal vorankommen kann. Auch als Gruppe. Ohne, dass man stellständig eine rausfällt oder bugt. Ja, genau. Und macht Spaß das Spiel. Und dass du halt eben verschiedene Welten hast. Das ist mal... So ein bisschen, finde ich, wie Remnant, nur im Comics-Stil so. Ja, so ein bisschen, ja. Tjo, ne. Heute? Was hat denn die Karte? Obwohl mich der Comics-Stil jetzt gar nicht zerstört. So. Nee, finde ich auch nicht stört. Ich habe kein Ziel auf der Karte. Ich auch nicht. Kehrer zu Rain... Rain-Ride zurück. Na ja, wir müssen wieder zurück komplett. Wir müssen zu dem alten sein Anwesen wieder zurückfahren oben hin. Ach, zur Oben drehen. Moment. Man weiß ja nie, was einem noch begegnet unterwegs. Genau. Ja. Ach, durch die Weine gerutscht. So, jetzt reicht mal ein Auto. Ja, aber nicht falsch, ne. Außer Karte. So. Kein Taxi-Stil noch näher mehr. Jetzt kann man nicht gut, ne. Lass ihn deine Wutte! Das war eine gute Yacht. Das war eine gute Yacht. Aber komisch, dass der auf der Karte nicht angezeigt wird. Das ist halt... Ja... Ja, ist komisch. Sollte man irgendwo reisen, schnell reisen können? Wäre vielleicht auch möglich gewesen. Verdammt! Verdammt! Ja! Geht! Ich bin weg! Kammerjäger! Du hast mit meiner Schwester gesprochen, es sogar überlebt und kannst berichten! Ich bin da! Ich bin da! Weltreise! Wo war ich da? Wo war ich da? Was auf diesen, äh... Wo sind diese Berge da? Und dann auf diesen orangen Planeten da... Da hast du nicht mehr rausgekommen. Kann ich die Karte aufmachen? Ja! Dann das, was es da raus gab, die ganzen Dollarzeichen sind. Gelb! Grün! Rot! So, ziehst du das? Ja, da ist auch so ein orangischer Planeten mit Fähnchen drin, kreisigen. Da drauf kannst du Schlange also machen, nicht mit X. Schnell rein. Da müssen wir hin. Mhm. Okay. So, dann geh' ich gerade mal... Ja, das ist dringend geworden. Mhm. Keine Panik! Ach, da bist gleich... Schlau auf und wir eine Miner! Mhm. Du bist noch nicht fertig! Die beiden hier an der Toilette gehäust oder was? Ist ja Wahnsinn. Gut, tschüss. So, hast du das gesagt? Auf die Karte? Mhm. Äh... Was? Hochmoorbecken-Ladekapsel? Nee. Nee. Such mal auf der Karte, das ist ein... Knackiger... Knackiger Gipfel? Nee. Oder, was ist das? Dort da oben ist das obere Ding da. Was? Dieser Berg, der so hoch... Wo ist das denn? Hochmoorbecken-Landeskapsel oder hochmoor gegen knackiger Gipfel? Was sag ich dir sofort? Knackiger Gipfel dann. Das ist... Äh... Äh... Knotiger Gipfel, genau. Ach, Knotiger. Ja. Ja, das ist richtig. Ich... Ich brauche Balsam! Balsam! Und der Kammerjäger ist raus! Was? Wer geht mit mir ein Trink? Das erinnert mich an die Zeit, als ich auf eben drei abging. Ich... Ich kann immer noch nicht glauben, dass die Kalypse aus meinen Vater ermordet haben. Ich muss meinen Plattenspieler zum Laufen kriegen. Aber du weißt, dass Aurelia die scheiß Fanatiker schicken wird, um uns zu finden. Wenn wir lange genug durchhalten wollen, um die Kammer zu öffnen, brauchen wir eine eigene Armee. Einen Jacobs Widerstand. Es ist Zeit, Eden 6 zurückzuerobern. Und wir fangen... 190. 1000. Ich habe einen Revolverhelden namens Clay angehört. Er wird uns helfen. Er wartet vor der Stadt auf dich. Doch, doch, wer. Hast du von dem Leopardenmon gehört, der Punkte für überhöhte Geschwindigkeit bekommen hat? Leopardenmon ist alles irgendwie mit Punkten, ich weiß auch nicht. Von und Scherz! Ah, ich rieche frisches Blut! Will jemand Musik machen? Wie viel Cola hast du, sagtest du? Äh, 190.000. Okay. Warte mal, ich kann da mal gucken. Wer geht mit mir eintreten? Du hast also meine Schwester getroffen. Tut mir leid. 190.000, ja. Eden 6 ist im Moment so ein Sauhaufen. Tut mir leid. Hat jemand ein Fläschchen mit Romhaufen gesehen? Irgendjemand? Wo ist dieser verdammte Jabber? Ich kann da mal ein paar Waffen hier verkaufen. Das wäre ganz nice, glaube ich. Mach ich auch gerade. Ganz. Ah ja. Einkaufen? Ne, ich will eigentlich verkaufen. Kann ich bestimmt auch verkaufen bei dir, hä? Oh Gott. Warte, ich befrage... Das Buch. Äh... Nein. Noch nicht. Wer geht mit mir eintreten? Verfluchte Banditen! Der clevere Bastard, der sich mit der Harpie angelegt und überlebt hat. Ah! Wer behandeln kannst du nicht! Ich liebe diese Momente, in denen ich mit meinen unzähligen, unfassbar brillanten Gedanken alleine will. Verfluchte Banditen! Verfluchte Banditen! Die Beschwörung! Ich hab sie! Nein. Nicht hier. Nicht jetzt. Wir sollten eigentlich nicht rumhängen. Aber was soll's. Was? Tut mir leid, ich dachte du hättest was gesagt. Vergiss es einfach. Mir ist langweilig. Wer will sich etwas Ärger suchen? Ich dreh voll durch, dass ich hier sein darf. Ich bin mit. Kümmerst du dich um die Aufgabe, oder soll ich jemand anderen suchen? Such jemand anderen. Wenn ich hier noch länger rumstehe, setzen meine künstlichen Gelenke noch Rost an. Man kann sich nur schwer an Opfer anschleichen, wenn die Pothesen quietschen. Bist du irgendwo stecken geblieben? Ich hab eine Kotzhoffe, Peter. Das was? Hier. Igitt. Echt? Gibt's bestimmt bei Amazon. Kannst du das bestellen. 100 pro. Oh, ganz gefährlich hier. Gibt mir ein paar Pilze, ein lunderndes Feuer und eine Prise eines Unschuldigen. Dann kann die Party losgehen. Da kann die Party losgehen. Da kann die Party losgehen. Ja, moin. Tür auf, Balletterein und fertig. Ich dreh voll durch, dass ich hier sein darf. Gibt's mal. Gibt's mal. Was mit ihr hier? Die spricht über... Ah, die spricht ja mit ihr. Okay. Was mit dir hier? Sie ist aus wie eine Pfadfinderin. Eines Tages werden wir diese verfluchten Hurensöhne mit einem Arschtritt von eben sechs jagen. Will jemand Musik machen? Wenn du frei leben willst, musst du darum kämpfen. Oder jemanden dafür bezahlen, darum zu kämpfen. Aha. Kennst du den Unterschied zwischen einem Moor, einem Sumpf und einer Marsch? Sonst kennt ihn anscheinend keiner. Ich furchte, dass du in der Tropischen bist. Hast bestimmt du... Okay. Ich wollte gerade sagen, hast du... Birkenfeldler hat schon an. Töten wir ein paar Fanatiker. Okay. Gibt's noch... Ah ja. Monsieur Monsignore. Wir haben jetzt aber gar nicht so lange gesprochen. Ein Königreich für einen Lakai, der diese Aufgabe für mich übernimmt. Jaja. Gruft der Eis. Wer geht mit mir eintrinken? Wer? Wer hat das gesagt? Wer will mir was trinken geben? Keine Ahnung, was Eden bedeutet oder woher das Wort stammt. Vielleicht, weil sich auf Eden 6 alle denken, eh, den kann ich auch essen. Wieso zuerst mal mit dem Rücken? Ein schöner Rücken kann auch entzücken oder was? Der Geruch von diesem fein gealterten Jacobs-Schießpulver ist einfach göttlich. Hat jemand ein Fläschchen mit Rockaugen gesehen? Irgendjemand? Lass mich einfach wissen, ob du da draußen Hilfe brauchst. Okay. Zieh hier. Hallo. Hallo. Du hast eine mächtige Aura, Kammerjäger. Ja. Ich habe ihn fahren lassen, ja, aber das ist alles. Wenn du das damit meinst. Hallöchen. Ach, du sprichst auch nicht mit mir. Gut. 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 Tja. Finde ich von dem sein, das hat einen Fläschchen hier gehört. Ich bin da dran. Ich bin da dran. Die Frage ist doch gar nicht. Wie? Ich bin da dran. O. Und woher es geht hin? Ich spüre, dass jemand in meine Gedanken eindringt. Was? Wo ist dieser verdammte Jabber? Ich liebe diese Momente, in denen... Kann ich drauf zählen, dass du deine Pflichten erfüllst? Du wachst... Sag mir, wenn diese Sache erledigt ist. Wegen dieser einen Aufgabe, die du erledigen wolltest. Oh, du mächtiger Knochenbrecher. Gepriesen sei dein Name, beschütze mein Heim. Diese KDK verstehen nicht, mit was für Mächten sie auf Eden 6 spielen. Ihre Zeit wird kommen. Oh, ich rieche frisches Blut. Ich liebe diese Momente. Die Süpfe von Eden machen uns stark. Und geben uns Schlammlunge. Die macht mehr Angst. Ich habe gehört, dass Lauriana Tartar eine Delikatesse ist. Ich mache mir nur was aus dem Schweif. Ich weiß, wer ich in meinem früheren Leben war. Du auch? Muss aufpassen, dass meine Hunde in Sascha anpinkelt. Du hast also meine Schwester getroffen. Tut mir leid. Der clevere Bastard, der sich mit der Hand ihr angelehnt und überlebt hat. Oh, 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 oh. Da brennt's Erschel. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Was? Tut mir leid, ich dachte, du hättest was gesagt. Ich muss ein paar lebende Hühner finden für, ähm, Sachen. Ich darf schon mal von der Nase mal rausblenden. Seit Generationen besteht meine Familie aus revolutionären, rebellen, freiheitskämpfer. Brandneuer Frisor. Die Ohren noch. Mal durchpusten. Ach, der Camus angemacht werden. Das steht doch nicht. Nählich. Ich nehm, ich schlapp dir ein Fahrrad und ein Fahrbissen. Ich wollte geh ein bisschen spazieren. Tut mir leid, ähm, macht der Gewohnheit. Du weißt, dass du total verletzt und das Gebrabbel der Psychos Sinn ergibt und du unaufgefordert mit dir selbst redest. Hast du hier dem Gesang der Groks im Mondlicht gelauscht? Er ist... furchtbar. Was? Tut mir leid, ich dachte, du hättest was gesagt. Vergiss es einfach. Der hat schon Hallos. Kennst du das Geheimnis des Sumpfes? Nun, wenn du es erfährst, verrätst du es mir, okay? Okay. 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 Wo ist dieser verdammte Jabber? Komm her, Nachtspalter. Umarme mich. Du hast also meine Schwester getroffen. Tut mir leid. Also. Ich bin wie ein Sumpf. Tief, geheimnisvoll, voller Schlamm. Und ich quake nachts. Warte, ich befrage... Sie quake nachts. Nicht gut. Wieso ist es ein Duden oder was? Oh. Entschuldigung, madame. Nein, danke. Soll das eine Einladung zum Essen gehen sein? Dann nein. So. Sind wir eigentlich fertig auf diesem Planeten? Nee, ne? Trifft, Trilaglan. Ah, nee. Wir sind sie auf jeden Fall hier. Oder kann man da hinreisen? So, ne Karte. Das ist ausgerüstet. Wo ist die? Wo soll man die treffen? Okay. Alter, Falter. Riesige Karte. Ah, da hinten. Okay, alles klar. Wegpunkt setzen. Da waren wir gerade erst. Acht, aber nicht durch kam vorhin. Das war super. Ja, ja, ja. Ich höre dich, Bestie. Ich höre dich, Bestie, 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 Bestie. Ja. Kannst du einen Fahrstuhl nehmen? Hinten. Hinten. Hab ich schon. dachte ich mir deswegen sehe ich gerade du kannst entweder den weg wieder zurück laufen oder einen fahrstuhl nehmen der aus und wo die ganzen also bei dem hauptdings bis wir die ganzen leute rumstehen rechts runter zu sind so zwei automaten da ist auch auf der rechten seite ist ein fahrstuhl dann kommst du direkt hier unten raus da musst du den ganzen weg nicht laufen das vw an w ist auf jeden fall drauf das ist ein daimler kreiser hier vorne oben auf dem tankdings das nicht ein w oder das ist ein elektroauto von der marke diese sage ich jetzt mal nicht gleich werbung hast du fahrstuhl gefunden ja ja da bist du herrscher bist mit rein springen ja moment ok das einsteigen ist ein bisschen bei dem gegner so nehmen wir den alten herrn auch noch mit und Gott. Tüli, Tüli. Boah, ich kann jetzt gar nicht ins Bett gehen, ey. Sollen wir Schuss machen? Ja, da. Sascha braucht Action, er pennt uns ein. Hier ist Action. So, hier durchbrechen. Komm, wir fahren jetzt mal hier lang, ne? Oh! Okay. Outer und Eindeutig zu lang. Jetzt haben wir bestimmt hier hin, ne? Meinst du? Nein, natürlich nicht. Wurdeboch? Ach, Dreck. Geht doch außenrum fahren, irgendwie. Oh. Ach, geh wo lang? Rechts, links? Moment. Moment. Links? Links. Ja, es ist zwar ein bisschen kurven hier. Rechts. Moment. rechts für die brücke links in der straße am kolben stopp, stopp, zurück, zurück da kommen wir ja nicht lang da oben rechts ist ja der berg da links mal oben aufgefallen hab ich noch gar nicht gesehen gehabt der vulkanenberg da guck mal so links auf 11 Uhr krass, oder? und oben der mond krass ok Entschuldigung aber ist mir grad zu mal erkennt man manchmal gar nicht so so ah, guck an oh ganz ruhig ich bin kein kämpfer bin eher ein menschenfreund der müde joe clay schmuggler äh wohl behält hier drüben kammerjäger ich bin clay ich schätze wir beide sollen einen jacobs widerstand gründen magst du mir verraten mit wem ich es zu tun habe nö ich bin flag und mehr musst du über mich nicht wissen ja kurz also durchs vordertor kommen wir nicht rein ich kenne vielleicht noch einen weg folge mir meiner erfahrung nach braucht ein widerstand zwei dinge hoffnung und waffen aber vor allem waffen also werden wir diese stadt befreien den waffen vorrat plündern und die jacobs waffen wieder in jacobs hände legen selbst mein hund kommt hier hoch mensch aber das ist jetzt egal wir müssen eine stadt befreien und banditen töten boah kennst du das passwort ja 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 gute frage nicht viele banditen da unten kammerjäger zeig mir wie du kämpfst manchmal jagt man manchmal wird man gejagt was auch immer das bedeutet der waffen schuppen sollte gleich da drüben sein der hat doch mal looten hier der hat eine eile ne boah schlimm da ist der waffen schuppen also wie kommen wir da rein ruhigbar mach mal keinen stress jetzt hier ich möchte nicht ist ja ruhigbar hier kommt der junge ich muss diesen bastard hier kurz schließen boah du kümmerst dich währenddessen um das gesindel und befreie auch gleich ein paar jacobs dualisten boah gar nicht schlechte flangen erst mal sag mir bescheid wenn du ihn findest oh gesperrte kiste warum gesperrt die kiste denn hier so du kiste denn hier so was Ja, warum kann man hier nicht? Braucht man doch einen Schlüssel oder irgendwas? Noch nichts, noch nicht. Das ist ein Schlaumeier. Oh ja, das ist ein Schlaumeier. Okay, dann komme ich mal zu euch. Hat er jetzt das Tor offen oder nicht? Nee, der Fudel ist noch da rum. Ui, 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 Kerle, Kerle, Kerle. Bestienmeister war es du, Peter? Ja. Ich habe hier ein Ding für dich, Devil 25. Kannst du das haben? Ja, nein. Nee. Okay. Aber danke. Gar nicht. Hab ich mal in einem Liebesbrief gelesen. Der Typ, den ich gekillt habe, war wohl ein glücklicher Mann. Okay, so weit zum Open. Wo ist das denn hier Open? Hier ist das Open. Ach, es passiert immer noch nichts. Braucht vielleicht noch etwas Aufmunterung von deiner Kanone. Was? Gute Arbeit. Hast du den Waffenschmied Dorton gefunden? Nein. Hä? Mist. Wir müssen Dorton finden. Aber gehen wir erst in diesen Waffenschuppen. Ein Problem nach dem anderen. Ja. Ja. Dann mach noch ein Bub. Halleluja, Mann. Gut geschossen. Strom ist wie ein wilder Hengst. Während der Lolf kann man nicht drauf pissen. Vertrau mir da besser, Kammerjäger. Ja, ist doch klar. Oh, das war dich, Haki. Klassischer Mod, episch Schützen, Lila. Kannst du es sehen? In der großen Kiste? Äh. Naja, ein Mod. Soll ich sie aufnehmen und dann wieder abgeben? Ja, mach mal. Warte, ich lege sie ja draußen hin. Oh. Ich habe Dorton erfasst. Und jetzt müssen wir erstmal die Stadt sichern. Du bist hoffend, dich hier um zu köpfen. Denn du sind hier um zu sterben. So, hab's ja rausgelegt. Danke. Bitte. Du bist hier vom Pack hier. Und jetzt! Und jetzt! Du passt auf mich auf! Ich passe auf dich auf! Ich kann nur noch aufbrechen. Ich kann ... Noch ein Moment. Ah! 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 Boah, schau. In den Salon füllen wir die Becher mit Banditenblut. Warum stehen wir da nach einer Tranche? Sündheit. Sündheit. Ich will die Worte glühende Inkompetenz nicht in den Mund nehmen, dann tu es nicht. Warum ist er die Kiste jetzt? Hmhm. Auf die Karte, auf die Karte. Hä? Ich leck für den Scheiß. Ein jämmerliches Nindel für eine schwache Kreatur. Cool, und was sind die denn? Ich mache das! Mein großer Moment! Firehawk! Hey, was ist denn hier los? Oh. Das war der letzte. Zu früh gefreut. Lass mir die Waffe noch nicht abkühlen. Mal sehen, wie du dich gegen meine Brüder und Schwestern der Eridiumebene schlägst. Täusch uns nicht. Gut war es trotzdem. Lass mir das so. 蛇 ist nicht so. Nimm die novige FFP. Da he der Waffe noch mehr Waffe. Waffe das so. Möder und Schwestern! Töte die Katze! Im Namen der Tarimzus! In große Kammer! Ruhe! Ja! Na! Na! Ja! Ja, ja! Ja, ja! 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 Ja, ja, ja! Schönen dich zu sehen, mein Junge. Widerstand des Lohren! Jetzt wird es Zeit für einen Scheiterhaufen! Schreiz dich nicht, Mensch! Die Ehre gebührt dir, Kammerjäger! Was? Warten! Sollen wir mal tanken, oder was? Das müssen wir doch hier machen, bestimmt. Na dann, auf geht's in die Kanonen! Und die Stadt gehört uns! Eins muss ich dir lassen, Kammerjäger! Du bist gut! Du bist gut! Aber wir sind noch nicht fertig! Anscheinend haben die KDK Dorton entführt! Er wird in einem Inselknast namens Fort Sonnenschein festgehalten! Ich bleibe hier und halte die Stadt! Du befreist Dorton! Dorton? Dorton hat auch für Wainwrights Daddy gearbeitet! Montgomery Jacobs persönlicher Waffenschmied! Dorton macht die besten Waffen des Planeten! Die dürfen auf keinen Fall den KDK in die Hände fallen! Wir holen ihn raus! Ich wette, du fragst dich, wie Aurelia Hammerlock es mit den Kindern der Kammer zu tun bekam! Vor der Invasion habe ich herausgefunden, dass sie ihren Bruder ausspioniert hat! Aurelia gab den Kalypsus alles, was sie für ihren Überraschungsangriff auf Eden 6 brauchten! Aurelia behauptete auch, sie wüsste, wo der Kammerschlüssel sei! Wusste sie aber nicht! Es gibt wohl auch Geheimnisse, die man nicht kaufen kann! Dieser verkackte Sumpf wird noch mein Untergang sein! Das ist der einzige Planet, auf dem du noch schwitzt, wenn du in einem verdammten Wasserfall sitzt! Und das ist einfach nicht richtig! Richtig! Ich wurde vielleicht nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren wie Wainwright! Aber mir geht's prächtig! Einfach prächtig! Ach, du Köpfe! Wann war denn? Lass mich raten, am Arsch dreht! Natürlich! Spitze! Kann man hinten spawnen? Nee, ne? Ja... Nee, das kann nicht! Ich hab noch meistens geblieben, aber... Ich hab hier ein Fahrzeugcheck hier... Nee... Genau! Ja, ja... Passen wir da auch durch! Grat so! Nee... Wenn du grad fährst! Ich mach's nicht mit Absicht! Ich kann nicht fahren, Mann! Gibt's denn sowas? Komm mal, fahr ich in die andere Richtung, Peter! Andere Richtung? In die andere Richtung! Geht's da auch raus? Mensch, geh doch rüber! Da komm ich auch nicht raus! Hallo! Jo! Ganz langsam wie ein Faden durchs Nadelöhr! Wunderbar! Jetzt! Rechts runter näher an! Oder? Ich hör grad so im Stream gefesselt hier, das nachzugucken! Rechts halten! Rechts mal die Brücke gleich! Hm! Dann links rum! Jawoll! Ja! Ach du Gott, das gibt ja eh die Ferien, die raus! Ach du Gott! Und links rum! Jetzt links! Yes! Oh! Oh! Was machst du jetzt, Peter? Wir wurden abgeschossen! Ich brauche dich, Bestie! Pauli! Was tun wir jetzt? Immer noch hier oben? Nee, warte mal, hä? Was tun wir jetzt? Das hätte besser laufen können! Das hätte besser laufen können! Aber ich weiß, wo man hin ist! Ich hab' aber was für dich total wett ist! Jetzt gibt's Levi schon wieder zum Lachen, weil ich dann durchs Tor durchgekommen! und wirklich alle abgeschossen bin! Hehehe! empf, 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 empf! Ja, ich hab's gesehen. Eidewitzka. Da kann man den Giese, ey. Was ist das denn? Ja, ich bin Absicht getroffen. Uiuiuiuiui. Erster. Na los, Junge. So. Hier sind Gegner, du Pfanne. Da müssen wir... Da müssen wir auch hier, oder? Ich war's und erster! Ha, 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 ha! Ha, ha! Ja sicher, aber nur weil ich es will, nicht weil du darum gebeten hast. Was auch immer, jetzt mach schon. Arschloch. Ich gebe dir ein Flaschenstück. Das ist nur ein Pferdruck. Das ist ein Pferdruck. Das ist ein Pferdruck. Ich sterbe dich. Der kommt danach weg. Der ist nicht da gerade. Da geht es nicht weiter. Vielleicht über eine Leiter. Mensch, das ist ja wirklich ein Wortkreis hier. Mein lieber Schieber. Der kann mal die blip noch. Ich hätte wohl ein paar mehr von der Familie salben sollen. Das ist echte Macht. Warum noch mal habe ich dich all die Jahre ablegt, glaube ich. So, das fällt mir das hier nicht an. Zurück. Zurück. Tschölich, zurück. Und singen fort. Zurück, zurück. Zurück, zurück, genau. Danke, danke. Bitte. Wo muss man jetzt langen? Hier oben lang? Hier die Treppenhof. Treppenhof? Oh, ein Loch. Ich weiß nicht. Vielleicht wäre es besser, wenn ich kein Jacobs wäre. Ich bin kein Anführer. Meine Ambitionen sind klein und ich kann mittags nicht mal einen Grog von der Terrasse jagen. Was bin ich für ein Mann? Wo seid ihr denn hier jetzt? Treppenhof. Hier, mein Freund. Was sagt der Treppenhof? Hast du was gefunden, Kammerjäger? Wo bist du denn mit der Karre? Komm, komm mal ein Stück höher. Wieder gefahren, äh, gelaufen. Siehst du das Feuerwerk irgendwo? Du musst du in den Holzplatz zuerst in der Hand der KDK. Ich sehe zu, dass ich die Tür aufkriege, bis du da bist. Ach nee, wo ist denn jetzt hin? Ich bin der Lackofarney. Gut da. Autofahrt. Eieieieieiei. Hinfahren, hierfahren, dortfahren. Wo sind die Kerle? Eine neue? Jede am Ende. Haben sie hingestellt. Eine neue, ne? Längs oder rechts? Moment! Zurück. Zurück, zurück! Zurück, zurück! Zurück, zurück! dann rechts für die brücke links jetzt den weg folgen und nachher rechts halten also hier hinten siehst du nix und schaff es auf zu den kränken da muss irgendwo ein verladen doch sein Also hätte er hier eine Gistin gemacht. Naja. Ich habe eine Auszeichnung gekriegt. In die Hocke. Oh, das war tausend voll. Wenn einem die Sauriara, Jabba, Giftschlangen, tollwürdigen Moskitos und die allgegenwärtige Fußfäule nichts ausmachen, ist Aden 6 ein Paradies. 180.000. Hast du Geld ausgedeckt vorhin? Wut? Hast du Geld ausgekostet? Hast du heute schon 190 gehabt? Ja, ich hatte vorhin einen Automaten. Habe ich auch. Aber einmal gewonnen sogar. Na, ich nicht. Ich bin wegen der großen Kammer hier. Und bleibe wegen dem Mord. Baaah! Okay. Okay. Ich bin jetzt dabei groß. 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 Nein, mein Skank ist am Boden. Nein, mein Skank ist am Boden. Ich bin jetzt dabei groß. Ich bin jetzt dabei groß. Hei, wie geht's gar nicht? Der Kapitel! Konzeptiere dein Schicksal! Oh, ein Scheinchen! Oh! Ah, nur ein Dingser! Geht'n Werfer! Ah, ich verstehe! Die nur hätten aber freisetzen können, da hätten die die angegriffen! Ach so! Ich habe dich vermisst, Junge! Vermute ich jetzt einfach mal! Weil die sind ja genauso im Gefangenschaft, weißt du? Ach so! Dann wären die mit denen beschäftigt gewesen! Da hätten wir weniger Spaß gehabt! Hm, auch wahr! Was ist denn jetzt? Wasser, blut, blutiges Wasser! Ich vermute mal hier lang! Ja! 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 Das ist so wunderschön! Das ist so wunderschön! Das ist so wunderschön! Komm schon, mein Junge! Deine Flamme brennt noch! Doch jetzt, wir haben heute viel mehr zusammen! Wie war das? Wunderbar! Da ist wieder ein Milch, der wird auch ein Flamme brennt! Lass! Wenn du dir heute früh gedacht hast, hey, ein guter Tag! mal ein absolut unsicheres Beförderungsmittel auszuprobieren, dann bingo. Du nimmst nämlich die Schienen. Hüpfe auf eins dieser Teile und ab nach Fort Sonnenschein. Oh, Mensch, mach dich! Die Jagd geht weiter, nur nicht für den. Wo seid ihr, seid ihr schon weiter? Ah, okay. Nö, looten noch. Er lootet noch, ja. So. Komm hoch. Was sind das für eine Witze hier? Ich musste mal. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Entschuldigung. Alles gut. Ach, wir müssen jetzt hier runter, oder was? Ah, vielleicht müssen wir auf so'n Ding springen hier, oder? Ich hätte es fast vermutet, ja. Ich steig auf die Fracht, steht da her. Okay. Okay. Hallo. Vielleicht müssen wir da rüber von den Bäumen aus springen, oder von hier aus? Okay. Nee, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. 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 Ich bin hier. 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 Oh. Oh. Oh, tiefer Pfeil. Woa! Seid ihr OPPO oder was? Oben! Ich bin ohne Gefallen, aber mich hat es erwischt. Eine gute Frage. Äh, hä? Oh! Ich bin da! Opa! Drei! Ich bin da! Drei! Ich bin da! Drei! Ich bin da! Du bist da! Drei! 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 Geht's mir das Mager-Cheap! Drei! Drei! Dich hol ich mir, Kammerdien! Du wirst geläutert, Ketzer! Du wirst geläutert, Ketzer! Du wirst geläutert, Ketzer! Zwei! Du wirst geläutert, Ketzer! Oh, sie ist der Vater! Was ist denn? Ist doch einer! Wie kommen neue? Ja! 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 Na gut! Engel! Mal sehen, was sich da drin befindet! Sporngegner! Ach, scheiße. Ach, scheiße. Das war echt Kammerdieb. Boom, gesalbt! Achtung, Leute! Der Kammerdieb will den Waffenschmied retten! Sichert die Insel! Achtung, Immuno noch! Es ist einer von diesen Freaks! Ich will jetzt ja... Den Waffenschmied musst du mir aus meinen kalten, torten Händen reißen! Der Vorschlag! In meinen sind Sie bei Rexit! Hier kommt der Junge! Die Borde! Der Beste. Hübsches Gemetzel. Manchmal muss man Leben nehmen, um andere zu retten. Ist zwar hart, aber wahr. Und jetzt überleg dir, wie du dorten daraus schaffst. Bereit loszulegen? Level 25. Wart ihr eigentlich cool hier? Nein. Ich bin... Ich bin jetzt schon wieder. Was? Was ist Gold denn? Kannst kriegen. Nee, das ist meins. Ich wollte tauschen eigentlich. Hier, nimm's. Ich brauch's nicht. Nee, nee, nee. Und nimm's. Jakobs Waffen gehören in Jakobs Hände. Hier, der Schlüssel zu meinem persönlichen Waffenlager. Nimm ihn. Aber frag lieber nicht, wo ich ihn versteckt habe. Äh, wie jetzt? Hast'n gewaschen vorher? Ich geh zurück nach Reliance. Wir sehen uns da, Kammerjäger. So, und wo ist der Waffe-Cover? Gescheidige Operation. Gut, dass Dorton wieder auf unserer Seite ist. Kommt vorbei, damit ich dir gebührend danken kann. Heilands Flechle, kannst du denn nicht zu uns kommen? Hab schon Dortons Waffen dran. Vergiss nicht, Dortons Depot aufzumachen. Du hast es dir verdient. Level 25, Assamon kann ich gar nicht mehr fahren. So. Das ist wieder draußen. Deep die Face Puncher. Auf. 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 Spüre die Blutgieher! Hm. Kann man jetzt da hinreißen? Ne öffnet Dings Dorfens Dings noch. Wollen wir das noch fertig machen und dann Sense heute oder wollen wir gleich Sense machen? Nö, ist das egal. Ah, hier hinten. Oh, das ist ja wieder am Arsch der Welt du. Natürlich. Wir fahren da und hin und her hier. Ja. Sag schon, wie schaut das aus? Warte mal, wir können schnellreisen machen bis zu der Hochbeck Ladestation. Es reicht da in der Nähe. Stimmt. Ja. Also ich reise da mal hin und dann... Weil das ganze hin und her geguckt, Schirrerei da, das ist ja... Eats and Sue. Da sind wir ja schon. Wir stehen direkt vor der Kammer. Leben und sterben. Ach so, das ist diese komische Scheune da, wo der da reingekommen ist, der Knoschburg. Ach, das ist das ordentlich Waffellare da oder was? Gute Arbeitskammerjäger. Dir sagt man einmal was und schon ist es erledigt. Hm. Welche nehme ich denn da jetzt? Die Wirtschaftsvermeerung? Na, welche ich weglasse. Probier mal die aus. Jetzt mal was Klassisches. Naja, aber hat... Wo? Wo? Ich sehe die auf eine Goldene. Guck. Wie hieß die denn, die Willkommen haben? Ich hatte aber nicht viel. Feuerrademagazin Schaden ist nicht gerade sehr groß. Wer ist denn die? Das ist eine Hand of Glory. Der Hand of Glory. Der Hand of Glory, ja. Die hatte ich schon mal gefunden. Ich habe so zwei mal. Ich habe sogar nicht 24. Ne goldene. dann war wir die vielleicht wegschmeißen kann glaubst nicht ich habe schon eigentlich alle ausgutiert die ein bisschen ja aber hat jetzt nicht so obwohl ich hab's ja schon eingepackt anscheinend gut ja ich hab's ja einmal weggeworfen weil ich hab's ja schon ich hab's schon komischerweise in meinem inventar ich hab's ja auch schon weil ich mir ist ein bisschen mehr schaden als meine sag ich finde ich auch noch mal eine reinnehmen und wieder rausschmeißen ich hab doch er kann ihn für sie nicht nehmen das ist so glaube ich muss unbedingt auf schiff ich muss einigen scheiße los werden aber noch mal hier habe ich noch eine schließt die beiden lassen zack gott 1 zu schluss ach jetzt ist sie weg ok zwei sache macht ihr naja naja das muss doch mal aus noch kurz zu jedem und dann müsste es ja gespeichert sein bleibt da stehen so beginnt der widerstand ich war überall in dieser galaxis habe dinge gesehen so dunkel und schrecklich dass du sie nicht glauben würdest diese kalypso-zwillinge und ihre anhänger spielen und ich glaube dieser jemand bist du wir sehen uns kammerjäger ok dann würde ich sagen ja dann würde ich sagen wir sehen uns nächstes mal wieder bevor ich gehen muss zusammen mit euren freckles zu borderlands 3 damit part 10 vielen dank fürs zuschauen sage ich mal auch liebe grüße noch mal an die leute von youtube und twitch und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal macht's gut bis dahin haut rein ade und tschüss tschüss um